Übrigens, diese beiden Männer, die machen auch schön einen anderen Teil in uns, nämlich die tun unseren Seelen richtig gut. Das sind Marcel und Thomas, die sind immer unterwegs von einem Ort zum anderen und haben nur eine einzige Mission, gute Laune zu verbreiten. Bleibt zu Haus, wir kommen zu euch. Zwei Hobbymusiker singen, wo immer sie können, ohne Geld dafür zu nehmen. Sie wollen anderen eine Freude machen. Heute sind sie in Niemek, Potsdam-Mittelmark. Trotz Kälte bleiben einige spontan stehen und erfreuen sich daran. Die machen Musik für jeden Geschmack und sind auch hier im Umkreis doll beliebt. Sie müssen es immer sehr geheim halten, damit nicht so viele Leute kommen. Marcel Wricke und Thomas Nerkorn mit dem Schellenring nennen sich Dings und Bumps und sorgen für kostenlose, kurzweilige Unterhaltung. Wir hatten uns vor Weihnachten überlegt, wir müssen jetzt mal irgendwas machen und müssen den Leuten die Kultur mal wieder nach Hause bringen. Und da Streaming überhaupt nicht unser Ding ist, sind wir auf die Idee gekommen, das Auto bzw. erst einen Bollerwagen zu bestücken mit akustischen Verstärkern und mit Batteriebetrieb. Aber das macht auch einfach nicht genug Krach. Und das hat man dann praktisch technisch weiterentwickelt und haben also die Autobatterie genutzt für die Betreibung, für das Betreiben einer richtigen Anlage. Wir bleiben auf keinen Fall länger als zehn Minuten an irgendeinem Ort. Wir machen vielleicht zwei Songs, kurze Songs und sobald sich aber Leute ansammeln, sagen wir, okay, wir brechen sofort ab, wenn ihr euch hier ansammeln wollt oder Getränke rausholen wollt. Ja, also Party gibt's hier nicht. Nach wenigen Minuten geht's weiter, vom Marktplatz in Niemeck zu den Stahlwerkern am Stadtrand. Seit den 90ern kennen sich Thomas Nerkorn aus Redicke und Marcel Wricke aus Treuenbrizen. Und genau so lange machen sie gemeinsam Musik, bei Festen und Partys in Potsdam-Mittelmark. Weil das aber nun seit der Pandemie vorbei ist, haben sie sich dieses Konzept ausgedacht. Weil wir einfach Lust haben, weil wir einfach, wie gesagt, mit Herzblut Musiker sind und weil wir einfach rausgehen wollen und Musik machen wollen. Wir durften ja lange nicht. Der Webdesigner und sein zehn Jahre älterer Bandkollege nutzen jede freie Minute. Hier sind sie heute nach dem Homeoffice zum ersten Mal. Weil wir ja sonst am Wochenende spielen, da sind wir natürlich bei den Wohnungen richtig, aber die Leute sind hier arbeiten. Also gerade die Jungs hier, die biegen ja Stahl, ob Sommer oder Winter, ob 40 Grad plus oder minus. Wir machen hier keine Überraschung heute. Die Überraschung glückt. Den Stahlwerkern gefällt's, wenngleich sie ihre Arbeit unbeirrt fortsetzen. Und dann sind sie da, wo sie meistens ihre Musik spielen, in den Wohngebieten, heute eben in Niemeck. Herzlich willkommen auf den Balkons! Das ist mal was anderes, mal eine Abwechslung. Da könnte man gleich so, ne? Ja. Macht weiter so. Es ist okay, ich habe Lust, auf der Weg, aber ich bin Supergirl.